Herzlich Willkommen YouTube! Es geht weiter mit Red Dead Redemption. Es geht weiter mit der Monarchie oder wir reiten. Es geht weiter mit Red Dead Redemption. Es geht weiter mit Red Dead Redemption. Was ist hier los? Ah, ich bin falsch. hol die Waffe raus, komm schon hol die Waffe raus, komm schon ja ne neue Stadt, Tears Landing Hammer mal gucken was hier alles gibt ja, im Haus, ja die Hütte, die kaufen wir uns mal jetzt oder das Zimmer, wie kostet das, 100 Dollar ja was ist hier, Waffenhändler okay, der hat fast nichts was ist hier ein Schneider ja, Hammer feiner Anzug Kleidungsstück, das kaufen wir uns mal feiner Anzug ja, Hammer ja hier ein Mantel haben wir auch wie sieht das aus yeah boah, das sieht auch mal aus speichern ich werde entführt ja, Hammer boah, guck ihr das an haha ok, der ist schon toll ah, was ist das kleiner Lack ja, jetzt geht's wieder los schneiden nach E wie gesagt auf auf schäckis Boden was macht er denn da was macht er denn da was macht er denn da Irish, was are you doing who the hell are you give me that I'm your old friend Amnesia oh, good blimey ich komme und sage dir wenn du ever pretendst meinen Namen vergessen oder deine Schuld zu mir wieder ich werde sicher dass du den Himmel bevor diese zwei Mädels jetzt komm da oh, Mr. Marston wie bist du? schade 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 � was jetzt wiederholen da ist er schon wieder ein Versuch nur wenn es nicht geht dann egal ja scheiß drauf kundt be good for a fella shut up you lazy drunk before I stop your head spinnin with a bullet I resent that Johnny I've been working like a beaver on your behalf you've been working like a weasel on my behalf bushwhackin defenseless ladies of the cloth you must have been raised on Okay, you're in a kind of pause, we should get started what are you talking about I'm a good cat